Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Am 3. Mai startet die erste Elfenführung für dieses Jahr. Treffpunkt ist um 15 Uhr in der Güstrow-Information. Bei den Führungen, die ab vier Personen stattfinden, steht die Wahrnehmung der Natur an erster Stelle. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Das 12. Zirkusfest startet am Mittwoch mit einer Premieren-Gala um 19 Uhr. Natürlich im Zirkuszelt des Zirkus Humberto am Platz an der Bleiche. Besonders für Familien geeignet ist der 1. Mai. Dann gibt es ab 11 Uhr vieles zu erleben. Vor allem warten zehn große Springbogen, viele Tiere und eine Vorstellung ab 14 Uhr. Noch bis Sonntag ist der Zirkus in Güstrow zu Gast. Wer Tiere nicht dressieren, sondern lieber Fisch auf dem Tisch haben möchte, der sollte beim Anangeln des ersten Güstrower Anglervereins dabei sein. Am 1. Mai von 6 bis 11 Uhr wird erstmals Raubfisch aus dem See geholt. Na dann, Petri Heil. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017